Hallo Stuttgart 21 Fans, heute haben wir mal einen anderen Blickwinkel auf die Baustelle Sängerstraße. Und zwar hat sich hier ein schöner Spalt ergeben im Bauzaun, dass ich einfach nicht widerstehen konnte, um hier mal durchzulinsen. Für alle Nachahmer, das ist also auf Bahnsteig 6, das heißt Höhe Gleis 12, der Baustelle. Danke fürs Zuschauen, tschüss!